EIN Nein, dieser Wind hat Schnuffel, Springer erhoffn, und er läuft wie von Sinn in die Richtung die Joshi schaut. Verdammt! Komm her! Sehr schön. Den Baumor. Ey. Buddy. So, und zurück. So, das ist schon eine coole Idee mit dem Spiel drin, jo. So, jetzt kommt gleich der Porto als Tetris. Tetris-Spiel angesorgt ist. Ja, das sollte man noch ein bisschen aufpassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir heute Münzen dabei sind. Ich habe früher immer überlegt, was passiert eigentlich, wenn der die Eier dort irgendwo dazwischen lässt. Aber die kommen mir auch nicht mehr so gut. So. Wow, 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 wow! Scheiße. Ich stelle mich halt wirklich nur besonders hell an, aber ich glaube, beide Münzen waren jetzt hier nicht dabei. Wüsste ich jetzt gar nicht, dass er noch so ein riesen Ding runterkommt. Naja. Jetzt weiß ich's. Das Level-Design ist schon Nintendo-gewöhnt, eben. Du schaust gut. Und so. Na los. So, jetzt hau ich ab. Ich weiß nicht, ob wir oben. Wir müssen nur was. Sterne. Okay. Okay. Scheiße, nein. So, müssen wir alle haben. Weil, wenn man sich hier nicht beeilt, dann sind die weg. Ja, die Pugelbanken, ne? Ich glaube, die Pugelbanken, ne? Ich glaube, die Pugelbanken, ne? Boah, was soll ich kurz sagen? Verdammt. 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 Ey, Leben. Oh, was wird da? Verdammt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, nein. Oh, nein. Irgendwo muss ich noch eine Kiste kommen. Ah, ähm. Die würde ich auch haben. Oh, wozu brauche ich einen Schlüssel? Oh, wozu brauche ich einen Schlüssel? Okay, die Pugelbanken, ne? Okay, die Pugelbanken, ne? Oh, was ist denn jetzt schon mit der Dunkelbanken, wo das neu ist? Ne, nein, 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 nein. Verdammt. Okay, lassen wir das. Ich will jetzt einfach nur noch fertig, weil mir reicht's. Ah, verdammt. Ah, das wird schon schweres jetzt so. Verdammt, das Bonusspiel hätte ich noch machen können. Na ja, haben wir noch ein Bonusspiel. Wie gesagt, heute wahrscheinlich nicht so viele Videos. Es ist jetzt schon irgendwann kurz vor 6 oder so. Und ja, dann vielleicht noch 2, 3 Wolkensteinvideos machen. Und dann sehen wir noch weiter. So. Korneschnitzen. Ne, was ist denn das? Ach, eine Glückskorde oder wo? Ja, ich habe eben kein Glück. Gut, da waren 3 Comics, ok. So. Das zweite Level schaffen wir auch noch. Zumindest am Anfang. Super Baby Home Run. Im Prinzip das selber, was wir vorher schon gemacht haben, oder? Ah, das sind eben die Gegner, die hier die Eier dann schießen. Also wenn die anvisiert, dann schießen die die zurück. Das ist cool. Das ist cool. Ich glaube die Gemischen. Mensch, komm her. Das ist nicht möglich. Das ist ein Stück. Das ist ein Stück. Wir müssen jetzt ein Stück. Ich glaube das kann aufhören. Wir müssen誰e zu fourteen? Wir müssen das nicht informieren. Das ist dass du schon bei einem Monat schießt. Das ist cool. Ne, ne, ne... Wie geht's denn hier hinter? Ah, ok. Ist da drin noch was? Ne. Ja, es gibt in dem Spiel nicht wirklich ne Punktzahl. Also heißt wo und man spielt einfach. Okay, einfach sterben, bitte. Irgendwo hier oben. Nervt einfach nicht bitte. Nervt einfach nicht. Wolke. So, jetzt. Probier ein Superstein um Super-Baby-Mario zu werden. Drücke Y um Super-Baby-Mario zu werden. Ende lang laufen. Okay, fliegen um Super-Baby-Mario zu werden. So, jetzt. So, jetzt. So, jetzt. Jetzt. So, jetzt. Two- ejemplo in der préparatur. So, wir wollen ja nicht mehr. Wir wollen. Ich glaube, das ist 40 Literczyć. So, jetzt sind wir hierher dran. So, jetzt waren wir hier und einfach. Nee, dann habe ich das.